Der Rokoko-Spiegelsaal. Alles was wir hier sehen, ist Lindenholz, Schnitzerei und Blattgolf versehen. Wer auch immer zu Fürsten Eleonoren die privaten Gemäsche rufte, der musste durch diesen Raum ihn durchgehen und war sicher beeindruckt von diesem wunderschönen Reichtum. Zu meiner Linken ein Ohr aus Frankreich um 19. Jahrhundert, Feuer vergoldet. Sie zeigt uns Poseidon, den Gott der Meere.